Zum letzten Teil möchte ich gerne vorführen, was es Neues in Pyramix 9 und V-Cube gibt. Ein paar Funktionen, nicht alles, aber schon ein paar wichtige und interessante Funktionen. Ich möchte auch noch erwähnen, ich habe jetzt hier eher ein Postproduktion-Projekt, aber man kann natürlich sein Pyramix sozusagen verwandeln, auf jeden Fall aufbauen und wechseln für verschiedene Sachen. Ich könnte direkt hier auch in meinem Postproduktion-Projekt noch ein Source & Destination drin haben oder nur ein Source & Destination. Ich könnte natürlich von einem Projekt oder Templates oder anderen mit verschiedenen Shortcuts und das alles. Das kann ich wirklich aufbauen, wie ich möchte und ist wirklich ultra flexibel in diesem Sinne. Gut, jetzt zur Postproduktion wollte ich eins zeigen, schon mal, was neu ist und was sehr angenehm ist. Viele Benutzer haben immer beklagt, naja, in Pyramix möchten wir gerne die Farben auf den Mischer sehen und so weiter. Da sehen wir jetzt natürlich auch genau dieselben Farben wie auf den Clips oder den Edit Trucks natürlich. Aber wir haben es ein bisschen weiter gedacht, im Sinne, naja, wenn man schon die Farben sieht und wenn man ein Signal da drin hat, möchte ich auch gerne sozusagen das Signal Flow verfolgen. Und da brauche ich jetzt hier, habe ich jetzt ein paar Knöpfe auf der rechten Seite, da brauche ich einfach nur mit einem Control & Signal Flow drücken, von dem ersten Kanal zum Beispiel. Und er zeigt mir automatisch die ganzen Signale von dem Signal Flow von dem ersten Kanal, die ganzen Strips, Busse, Mischer, also Busse, Endbusse und Auxiliaries und so weiter, die mit diesem Kanal halt verfügt werden. Wenn ich wieder drauf drücke mit meinem Control, kommt er zurück. Wenn ich jetzt auf was anderes drücke zum Beispiel, macht er genau dasselbe. Wenn ich den mir hier raussuche und mache jetzt Signal Flow, macht er alles auch. Oder ich kann jetzt hier ein paar Kanale mir raussuchen. Zum Beispiel den, den, den und den. Und jetzt Signal Flow mit Control zeigt er mir diese alle an. Also das ist was sehr Interessantes, vor allen Dingen bei größeren Projekten, wo man viel Send Returns und solche Sachen in seinen Mischer hat. Oder vielleicht, wenn man auch auf einmal wieder ein älteres Projekt wieder aufnimmt oder wieder zurückholt und man weiß nicht mehr genau, wie man das aufgebildet hat. Da kommt man halt schnell vom Fleck und vom Punkt, wie man das halt alles wieder aufgebaut hat. Gut, jetzt haben wir auch mehrere Sachen, die noch da hineingeführt worden sind. Das eine wäre jetzt da unten die ganze Automationssache, wo man jetzt viel einfacher wie früher den ganzen Strip oder den ganzen Bus in Touch, Latch und verschiedene Sachen aufbauen kann. Einfach mit einem Druck. Man kann es natürlich auch mit dem Controller machen, wenn man einen Controller hat. Und das andere wäre jetzt Aufnahme. Und da möchte ich ein wenig darüber reden, im Sinne, dass ich jetzt hier ganz oben zwei Aufnahmen oder eine Stereoaufnahmespur aufgebaut hatte oder gegründet habe. Und hier habe ich jetzt automatisch, weil ich das so eingestellt habe, mein A zu D Wandler, der befindet sich direkt da. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, hier direkt meinen Pegel zu wechseln. Ich kann es natürlich auf dem Horus machen oder auf dem Happy mit dem Knopf oder mit dem Touchscreen oder mit meinem Webbrowser. Aber ich kann es natürlich jetzt auch direkt von hier machen. Das Zweite jetzt, ich mache mal meinen Mischer zu. Wenn ich hier oben bin, ich habe jetzt die Möglichkeit, einen TakeLogger zu haben. Das heißt, ich habe eine ganz normale Aufnahme, aber ich habe hier jetzt mit meinem TakeLogger die Möglichkeit, verschiedene Sachen aufzunehmen. Erstens kann ich mir mehrere Recorder aufbauen. Ich kann natürlich direkt in meine Session aufnehmen, was ich jetzt auch machen werde, aber ich kann auch im Background verschiedene Sachen aufnehmen. Das heißt, wenn ich schon mal loslege, werde ich gerade machen. Erstens nimmt er jetzt hier schon automatisch mal auf und ich muss mir das so sehen, dass der Recorder sozusagen eine andere Maschine ist. Das heißt, er nimmt hier unten auf und er hat einen anderen Mischer, wo ich verschiedene Kanäle hineinführen kann. Ich kann jetzt in acht Kanälen oder zwei Kanälen aufnehmen, kann auch 24, 48 Kanäle aufnehmen oder mehr, wie ich das auch aufbaue und mir halt vorstelle oder brauche. Wenn ich das jetzt zumache, das Interessante, hier schon mal, habe ich jetzt die Aufnahme, die hier oben weitergeht, kann ich Ihnen jetzt hier zum Beispiel den Namen schon mal ändern. Kann ich jetzt hier mal Record Take 2 eingehen. und es ist ja immer die Sache, man wird immer gefragt, naja, wie heißt der Take, ich möchte ihn gerne von Weitem sehen. Da kann ich jetzt hier ein großes Bild aufmachen und vielleicht noch größer aufmachen für die, die es nicht sehen und sehen, nee, nee, ich habe einen Fehler gemacht, das ist nicht 2, sondern das ist Nummer 2a zum Beispiel. Und da kann jeder also seine Notizen machen und da weiß genau, wie es heißt oder wie es weitergeht. Auch die Zeit, wie lang und so weiter. Gut, wenn es jetzt noch ein Stück weiter geht, das Interessante, ich habe jetzt hier meine Haaraufnahme immer noch, da kann ich Ihnen jetzt hier kleine Marken einsetzen oder kleine Notizen einsetzen mit Farben. Das war gut eigentlich, kann ich ja gut sogar hinschreiben und hier war auf einmal ein Fehler. Da muss ich halt etwas hinschreiben und ab hier ist es wieder okay so ungefähr und jetzt ist es wieder super gut. Da sieht man sogar vom Weigen weg vom Bild hier, dass es hier ein paar Farben gibt. Und diese paar Farben sind sozusagen Media Markers. Ich höre mal die Aufnahme auf und werde das hier mal ein wenig größer aufmachen. Da sehe ich schon nach der Aufnahme, dass hier schon mal Farben eingesetzt wurden. Das heißt, ich kann hier mal ganz weg, mal wegschneiden und jetzt sehe ich auch, wenn ich mal den Clip anwähle, meine Kommentare, die halt drauf sind, wie ich die benannt habe und wenn ich die schiebe zum Beispiel, gehen die auch mit und sogar sind die mit den Medien zusammen. Das heißt, die werden aufgenommen neben den Medien mit einem spezifischen Pfeil, aber der genauso heißt und jetzt kann ich das natürlich in eine andere Pyramid-Session einführen und die Medienmarkern laufen einfach mit oder gehen halt mit im Clip. Und da kann ich natürlich das jetzt zum Beispiel rausschneiden, was mich hier nicht interessiert und habe jetzt die richtigen Marker und kann das natürlich ganz vorausschneiden, wie ganz normal. Aber kann natürlich immer zurückgreifen, wenn ich das jetzt wegtue und wenn ich den jetzt wieder hier rausführe, sind meine Marker sozusagen dahinter, auch wieder in den Medien drin. Gut. Ich fange dann nochmal an mit einer Aufnahme und diesmal gehe ich ein Stück weiter. Das heißt, sagen wir jetzt, wir nehmen mal ein Konzert auf, zweispurig, ja auch egal, oder 48 Spur läuft genau dasselbe und ich müsste jetzt eigentlich, es ist um 8 abends, ich mache die Aufnahme und eigentlich möchte das Radio gerne schon 8.15 Uhr, nur die ersten paar Minuten übertragen. Da kann ich jetzt natürlich während der Aufnahme hier schon mir ein Stück am Anfang rausschneiden. Nehme ich mir das einfach, tust zur Seite und könnte nochmal hier schnell abhören, wie das eigentlich klingt und mir sagen, naja, warte mal, hier musst du noch ein Stück schneiden und vielleicht noch das kleine hier raus. Ich könnte ja auch Markers noch einsetzen, da kann ich das nochmal hier schnell richtig mal schneiden, so unter Crossfade, ich kann ihn natürlich noch editieren und alles besser machen und kann mir noch sagen, hier mache ich nochmal ein Gen von 4 dB, so geht es ein bisschen höher und kann jetzt einen Export machen, während die Aufnahme noch weiter geht und das exportieren als eine WAV-File oder sogar eine MP3-File, wenn es sein muss und kann das halt einfach weiterschicken über FTP und kann gleich ausgestrahlt werden, vom Radio her zum Beispiel. Während die Aufnahme natürlich weitergeht. Das sehr Interessante noch dazu, während der Aufnahme, wir haben ja vorher in der ersten Video geredet über Horus oder Hapi und halt über die Redundanz von elektrischen Signalen, also von Audiosignalen über Audio über IP. Das heißt, das ist heute ganz einfach aufgebaut und ganz einfach zu machen. Aber natürlich, von der Workstation her, möchte man jetzt auch, wenn man diese Redundanz hat, vom Audio her, möchte ich auch, also vom elektrischen Signal, möchte ich auch die Redundanz von Medien haben. Und das haben wir jetzt in den Rekorders eingebaut. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, auf zwei verschiedenen, sozusagen, Orton oder Locations aufzunehmen, die auch natürlich in verschiedenen Festplatten sein können, die können intern, extern, USB und so weiter sein und in verschiedenen Formaten. Auch Interleaf zum Beispiel und One File Per Track oder einer in 16-Bit und der anderen in 24-Bit. Also solche Sachen kann ich jetzt auch machen und das läuft halt alles im Hintergrund während der Aufnahme. Ich habe jetzt meine Aufnahme beendet und gehe jetzt zu meiner Finalisierung. Das heißt, ich habe ja am Anfang erwähnt, ich mache ein Postproduktionsprodukt, sozusagen. Das heißt, ich habe jetzt auch Video damit, auf meinen WCube Essentials, sozusagen. Was jetzt auch neu ist, als Option ist, ich habe jetzt auch einen SDI-Ausgang über Blackmagic-Karten zum Beispiel. Ich mache es mal klein und habe meine Video, die spielt natürlich hier alles mit, mit meinem Ton. Soll auch so sein. Vorwärts, rückwärts und das alles. Ich möchte jetzt natürlich meine Mischung hier machen und da habe ich auch einen neuen Mixdown-Tool. Den finde ich dann hier und dieser neue Tool, wenn ich das jetzt hier Master zum Beispiel nenne, kann ich Ihnen sagen, wohin, welche Fallformate und so weiter und da habe ich jetzt hier unten meine ganzen verschiedenen Ausgänge. Ich habe ja im Kino-Bereich oder sogar Fernsehen-Bereich muss ich zum Beispiel einen Stereo-Ausgang machen, natürlich, einen 5.1-Ausgang und vielleicht auch Stamps für internationale Versionen und das alles und da kann ich das direkt gleich anwählen und kann das gleichzeitig machen. Dazu kann ich Ihnen noch sagen, ob ich hier ein Loudness-Metering machen möchte und eine Limitierung zum Beispiel zu verschiedenen Normen. die R128-Norm ist natürlich auf Minus 1 eingestellt bei dem Maximum-True-Peak, aber ich könnte Ihnen sagen, nein, ich will es auf Minus 3 einstellen, wie es manche Länder so machen oder manche Broadcaster und da kann ich Ihnen das direkt einstellen und das macht er auch während dem Ausgang. Und das Schöne noch, Place in VQ, das heißt, ich mache meinen Mixdown jetzt, er prozessiert das Ganze jetzt, kann ich ihn natürlich auch in Echtzeit anfragen, wenn ich möchte, wenn ich jetzt externe Geräte hätte, was jetzt nicht mein Fall ist, oder ich kann es halt intern berechnen, da geht er natürlich so schnell, wie er möchte. Während dieser Zeit kann ich vielleicht noch erwähnen, dass ich natürlich das auf 32-Bit oder auf 64-Bit machen könnte. Auf 64-Bit geht es natürlich wesentlich schneller. Und jetzt das Interessante, habe ich natürlich meinen Ton hier in mein Bild sozusagen mit dem richtigen Timecode darunter. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss oder könnte für die Finalisierung ist ein Wrap-Audio. Das heißt, ich habe ja einen MXF, da tue ich die alte Audio sozusagen raus oder wenn keine ist, halt einfach weg und die neue Audio, die ich drinnen habe, tue ich jetzt einen Wrap in meine MXF hinein und unterschiedlich, wie die MXF jetzt ist, vier Spuren, 24-Bit oder acht Spuren, 16-Bit und so weiter, kann ich ihn eingeben. Kann ihn auch noch Metadaten eingeben, geben wir einen Timecode und vor allen Dingen mein Post-Processing vom Audio. Das heißt, bin ich in 5.1 in Stereo oder 5.1 plus Stereo und dann kann ich noch ein Dolby Encoding einsetzen, ein jünger Loudness Correction kann ich noch einsetzen, das sind dann alles Optionen und schlussendlich mein Final Check, das heißt, er macht dann noch ein Report von meinem R128 und kann das noch mit meiner MXF-File weitergeben. So, das sind ein paar von den neuen Features von Pyramix 9 und WCube 5. Das sind das von der Träu nur eine Hitschlar von исс Daily Vielen Dank.